Willkommen zum Thai-Box. Fangen wir an, machen uns erst ein bisschen warm, marschieren an der Stelle. Zieh dazu die Schultern hoch und ab. Hoch, ab, hoch, ab. Im Wechsel rechts und links. Nochmal beide Schultern hoch, ab, hoch, ab. Vier, drei, zwei und wieder im Wechsel. Rechts, links, rechts, links. Genau. So, Schulterkreis zurück. Drück. Ellenbogen ein bisschen weiter über oben. Greif, ab, ab. Im Wechsel jetzt. Rechts, links, rück, rück. Und gestreckter Arm nach hinten, lang, lang. Füße öffnen und schließen. Es geht auf, zu. Auf, zu. Genau. Bauch ist angespannt. Oberkörper locker. Zwei noch. Bleibt geöffnet. Feder in den Knie. Tief. Genau. Hände sind an der Hüfte. Genau. Knie ziehen nach außen Richtung Fußspitzen. Bauch jetzt wieder fest. Und noch dazu wieder Schultern hoch und tief. Kopf, hoch, hoch. Zieh, zieh. Im Wechsel-Tempo. Rechts, links, rechts, links. Wieder beide Korken. Hoch, ab, hoch, ab. Vier, drei, zwei. Und abwechseln. Zieh, zieh. Genau. Wir gehen Side to Side. Rechts und links. Tap, tap. An der Seite. Genau. Dazu jetzt die Ferse nach hinten in Curl. Rück, rück. Zieh, zieh. Arme setzen mit dazu ein. Vor und ran. Zieh, zieh. Genau. Acht mal noch. Arme vor. Vier Stück. Und Arme jetzt über oben kommen. Hoch, hoch. Zieh, zieh, zieh. Hier noch acht. Vier, drei, zwei. Wieder vor. Komm, vor, vor. Genau. Beim Anwinkeln heranziehen. Vier mal. Drei, zwei. Strecken. Hoch, hoch, hoch. Jawohl. Vier, drei, zwei. Und locken. Genau. Doppelt jetzt die Ferse. Komm, zweimal hoch. Und wechseln. Zieh, zieh. Jawohl. Wir marschieren auf rechts am Platz. Ziehen jetzt abwechselnd nach vorne. Die Knie hoch und dazu entgegengesetzen. Ellenbogen. Zieh. Hoch, hoch. Zieh, zieh. Frontal nach vorne. Zieh. Jawohl. Achtmal noch. Vor, zieh. Vier Stück. Drei. Doppelt jetzt vor Seite. Eins, zwei. Zieh, zwei. Richtig hier in die Bauchspannung ziehen. Oberkörper mit. Vor, vor. Genau. Und wieder nur marschieren am Platz. Genau. Wir machen noch einmal das Knieheben. Und dann sollten wir gut aufgewärmt sein. Diesmal von der geöffneten Position diagonal im Wechsel. Zieh. Hoch, hoch. Zieh, zieh. Acht. Noch Single. Ran. Vier Stück. Drei. Zwei. Und doppelt jetzt. Vor, vor. Zieh, zieh. Weiter. Weiter. Doppelt. Hoch. Zwei noch. Letzter. Und bleib hier federtief. Genau. Atme weit nach oben ein. Und aus. Zwei noch. Lang. Und ab. Hände jetzt in die Deckung. Finger rollen. Einen Daumen drauf. Und Schultern ein Stück nach vorne. Jawohl. Von hier beginnen wir mit einem Punch im Wechsel. Rechts geht vor. Und links geht vor. Komm. Rechts. Komm. Links. Tempo schneller. Es geht rechts. Links. Vor. Vor. Jawohl. Mit der Hüfte eindrehen. Das gesamte Bein geht mit. Jawohl. Vor. Vor. Achtung. Vor. Vor. Vier. Drei. Zwei. Und lock. Bleib hier. Hin und her. Genau. Nochmal im Wechsel. Punch. Vor. Komm. Vor. Vor. Links und rechts. Vor. Vor. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Verlager. Komm. Tempo. So. Wir machen den Punch. Jetzt Cross zur Seite. Mach mit. Im Tempo. Jawohl. Noch acht. Weg. Weg. Bisschen mehr die Beine beugen. Und verlagern. Jawohl. Viermal Punch vor und viermal Cross Punch. Links beginnt. Vier. Drei. Zwei. Cross. Dreh dich seit. Seit. Und verlagern in der Mitte. Seit. Seit. Jawohl. Nochmal vier vor. Vier seit. Linke Faust beginnt. Los geht's. Komm. Vor. Vor. Und seit. Cross. Wieder nach vorne. Vier Stück. und seit. Weg. Verlagern. Komm. Rechts. Links. Genau. Der Oberkörper weicht über unten aus. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Vier. Drei. Zwei. Knie im Wechsel. Komm. Links. Rechts. Hoch. Hoch. Zieh. Zieh. Acht noch. Vier noch. Und der Oberkörper weicht wieder aus. Tief. Vier. Drei. Zwei. Und die Knie jetzt rechts. Und links. Jawohl. Verlagern. Hin und her. Links. Rechts. Genau. Wir setzen nochmal einen Punch vor. Viermal rechts. Beginnt. Vor. Vor. Und Cross. Punch. Zeit. Nochmal vor. Vier Stück. Vor. Vor. Und Cross. Jawohl. Körper. Tief. Tief. Knie im Wechsel. Jetzt. Komm. Hoch. Hoch. Nochmal ausweichen. Vier. Drei. Zwei. Knie jetzt. Hoch. Hoch. Anfang. Anfang. Punch. Rechts. Links. Und Cross. Wieder vor. Auf vier. Und Seite. Cross. Oberkörper. Weicht viermal aus. Tief. 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 Knie jetzt. Sieh. Rechts. Links. Nochmal tief. Vier Stück. Tief. Drei. Zwei. Und Körper. Jawohl. Verlager locker. Hin und her. Genau. So. Wir bemerken uns die Folge. Punch vor Punch Side. Dann hatten wir das Ausweichen. Und den Kick mit dem Knie. Step Touch zur Seite. Genau. Achtmal noch. Vier Stück. Schließen. Am Platz. March. Einen Doppelstep Touch zur rechten Seite. Und dann wieder zurück. Los geht's. Komm. Side. Side. Genau. Side. Side. Step. Bei dem letzten. Zieh. Kick. Zieh. Kick. Jawohl. Knie kick. Und weg. Und weg. Weg. Jawohl. Weg. Weg. Wir marschieren an der Stelle. Genau. Zeit. Jetzt machen wir nur einen Ausfallschritt zur Seite und dann einen Kick weg. Ausfallschritt rechts. Kick zur linken Seite. Langsam. Side. Run. Kick. Komm. Side. Run. Kick. Run. Auf. Run. Kick. Jawohl. Die Hüfte hier geht ein Stück hoch. Weg. Run. Auf. Run. Weg. Und den Schlag dazu mit der linken Faust. Weg. Run. Auf. Run. Weg. Run. Zwei noch. Letzter. Jawohl. Die Seite wechselt jetzt. Schritt. Auf. Erstmal ohne Faust. Nur das Bein. Komm. Zeit. Run. Spannung in der Taille fest. Genau. Und mit dem Faust dazu. Auf. Run. Weg. Run. Zweimal. Und weg. Letzter. Jawohl. March locker. Gut. So. Wir probieren das ein bisschen schneller. Insgesamt viermal die eine Seite. Dann eine kurze Pause. Und dann viermal die andere Seite. Hände kommen wieder locker in die Deckung. Rechts der Schritt. Und dort links der Kick. Wir im schnellen Tempo. Achtung. Ab jetzt. Schritt seit. Seit. Kick. Seit. Kick. Zwei noch. Kick. Letzter. Und Marsch. Gut. So. Schon ziemlich schnell. Wir probieren die andere Seite. Viermal jetzt Ausfallschritt. Hier. Kick nach dort. Komm mit. Seit. Kick. Seit. Schnell heran. Zwei. Drei. Und Marsch. Gut. Okay. Noch einmal jede Seite. Viermal Ausfallschritt. Viermal Kick. Rechts beginnt der Schritt zur Seite. Und dazu noch den Schlag an der Seite mitnehmen. Ab jetzt. Komm mit. Seit. Kick. Seit. Kick. Seit. Kick. Letzter. Kick. Und Marsch. Gut. Vier. Drei. Links. Schritt. Seit. Komm. Auf. Run. Weg. Auf. Run. Weg. Zwei noch. Weg. Und Marsch. Gut. Okay. Wir atmen mal tief durch. Kommen hoch. Und tief. Letzter. Deckung. Von Anfang. Die vier Punch nach vorne. Beginn mit dem rechten Faust. Vor. Vor. Cross. Side. Side. Noch einmal. Komm. Vor. Vor. Und Side. Jawohl. Oberkörper weicht aus. Tief. Drei. Zwei. Zieh das Knie. Komm. Rechts. Links. Nochmal ausweichen. Vier. Drei. Zwei. Und zieh. Hoch. Hoch. March. Am Platz. Jawohl. Hier machen wir eine kurze Pause zum Durchatmen. Und jetzt kommen noch die Ausfallschritte. Viermal Side mit Kick. Rechts beginnt. Vier. Drei. Zwei. Komm, Side. Tempo. Auf. Weg. Drei. Weg. Zwei. Weg. Einer. Und March. Gut. Andere Seite. Gleiches Tempo. Vier. Drei. Zwei. Komm nach links. Auf. Kick. Drei. Kick. Zwei. Kick. Eins. Und March. Gut. Gut. Sehr schön. Ein kleiner Ausdauerteil. Wir joggen hier an der Stelle. Hopp. Hopp. Setzen dabei immer die Fersen ganz am Boden ab. Und federn den etwas gebeugten Knie nach. Gehen. Gehen. Arme, Bizeps, Curl, abwechselnd. Hoch. Jawohl. Tief durchatmen. Arme parallel nach vorn. Hoch. Hoch. Ziehen. Ziehen. Noch acht. Vor. Vor. Vier noch. Drei. Butterfly. Komm. Vor. Vor. Zu. Zu. Achtmal. Kreuz. Vor. Genau. Vier noch. Strecht die Arme lang nach oben. Vor. Vor. Auch hier noch achtmal lang. Hoch. Ziehen. Vier noch. Von Anfang. Bizeps, Curl. Genau. Abwechselnd. Arme lang nach vorne. Komm. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Vier Stück. Und jetzt der Butterfly. Zu. Zu. Letzte Übung. Lang nach oben strecken. Hoch. Hoch. Arme ab. Wir federn weiter. Immer noch joggen. Genau. Von rechts nach links. Hopp. Hopp. Dazu die Hände seitlich halten. Und ein Twist. Genau. Acht noch. Hier. Ziehen. Vier mal. Drei. Zwei. March. Am Platz. Genau. Nochmal alles jetzt komplett. Von Anfang ab. Den Punches. Wir öffnen leicht auseinander. Verlagern. Rechts und links. Komm. Seit. Seit. Jetzt sind wir auf links. Das macht aber nichts. Vier. Vier. Drei. Bring die Hände mit der Einatmung hoch. Ausatmen. Tief. Zwei noch. Strecken. Und ab. In die Deckung jetzt. Jawohl. Vier. Drei. Rechte Faust geht nach vorne. Punch. Vier. Drei. Zwei. Und Cross. Seit. Nochmal. Vier vor. Und Cross. Punch. Seit. Ausweichen. Der Körper geht. Ziehen. Drei. Zwei. Und nie. Kick. Ziehen. Ziehen. Nochmal vorne. Körper. Ziehen. Drei. Zwei. Und nie. Rechts. Links. Nochmal Anfang. Punch. Komm. Vier. Vor. Cross. Seit. Wieder vor. Vier Stück. Und seit. Jawohl. Körper weicht aus. Komm. Ziehen. Nie. Rechts. Links. Und nochmal. Nicht links. Und nochmal das Knie. Ziehen. Jawohl. Wir marschieren jetzt. Nochmal. Ausfallschritten. Jetzt wollen wir auch das mit den Ausfallschritten und mit den Kicks pro Seite zweimal. Viermal rechts. Ausfallschritt. Los geht's. Tempo. Auf. Kick. Drei. Zwei. Eins. Locker. Gut. Andere Seite. Viermal Ausfallschritt links. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Auf. Weg. Drei. Zwei. Eins. Und march. Gut. Noch einmal jede Seite. Rechts jetzt Ausfallschritte. Komm mit. Zwei. Weg. Drei. Zwei. Eins. Und march. Eins. Und march. Locken. Genau. Davon noch einmal vier Stück nach links. Komm mit. Zeit. Weg. Ab. Weg. Und march. Am letzten. Jawohl. Weit öffnen. Von Anfang. Punch nach vorne. Wir atmen ein. Und aus. Nachmachen. Strecken. Gehen jetzt in die Decke. Es beginnt der Punch mit rechts. Gleich geht's los. Vier. Drei. Zwei. Vier. Nach vorne. Jetzt. Vor. Vor. Und cross. Zeit. Noch einmal vor. Vier. Drei. Zwei. Zeit. Weich mit dem Körper aus. Tief. Zieh das Knie. Hoch. Hoch. Nochmal ausweichen. Vier. Drei. Zwei. Und zieh jetzt hoch. Vier. Feder in der Mitte. Links. Rechts. Jawohl. Noch einmal von Anfang. Vier Punch vor. Los geht's. Vor. Vor. Seite cross. Und vor. Lang. Lang. Seite weg. Jawohl. Weich nach unten. Aus. Zieh das Knie. Kick. Kick. Und tief. Nochmal. Oberkörper. Und das Knie. Kopf. Hopp. Hopp. Wir marschieren am Platz. Klock. Okay. So. Die Sidekicks machen wir jetzt noch einmal auf der rechten. Einmal auf der linken Seite. Hände dabei nochmal hier in eine Deckung bringen. Nach rechts. Sidekopf. Auf. Kick. Drei. Zwei. Eins. Lock. Gut. Linke Seite direkt. Viermal. Ab. Jetzt geht's los. Kopf. Side. Weg. Drei. Zwei. Weg. Eins. Und march. Am Platz. Jawohl. Nächster Ausdauerteil. Wir kommen hier noch einmal ins Joggen. Und an der Stelle. Hopp. Hopp. Kreis dazu die Schultern nach hinten. Rück. Rück. Aber kreisen an der Seite. Rück. Rück. Noch acht Stück. Rück. Viermal. Vorne halten. Und jetzt schnell ein kleines Kreis. So schnell es geht. Richtung wechseln. Noch. Vier. Drei. Zwei. Arme wieder locker. Locker. Setz die Fersen ganz ab. Kreis. Noch eine Runde. Schultern rück. Rück. Und die Arme höher an der Seite mit. Kreisen. Zieh dabei die Schulterblätter nach hinten. Acht noch. Viermal. Vorne wieder halten. Hier nochmal das Wirbeln. Punching Ball. Genau. Und es geht noch ein bisschen schneller. Richtung wechseln. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und Arme locker. Bleib im Joggen. Halt die Arme nochmal an der Seite. Und dann der Twist. Genau. Hier noch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Und March. Okay. So. Wir atmen tief ein nach oben. Und aus. Strecken lang. Und ausatmen. Okay. Zum Schluss noch eine Kräftigung. Hier für die Rumpfmuskulatur auch ein paar Kicks, die wir dadurch ausführen. Halt das rechte Bein unbelastet. Steh auf links. An der Seite der rechten Arm hoch. Zieh Knie und Ellenbogen zusammen. Atme aus. Und an. Zieh. Und weg. Und acht Stück im Tempo. Komm hoch. Zieh. Viermal. Drei. Nochmal langsam. Vier. Drei. Zwei. Wieder acht im Tempo. Jetzt. Komm hoch. Hoch. Vier Stück. Drei. Letzte Runde langsam. Vier. Drei. Spannung. Zwei. Eins. Acht im Tempo. Komm hoch. Hoch. Zieh. Zieh. und lockern. Gut. Mit der anderen Seite auch drei Durchgänge. Immer vier. Langsam acht. Schnelle. Wir stellen uns auf rechts. Ziehen die Seite lang. Angespannt. Bauch nach innen. Und jetzt langsam. Hoch. Weg. Zieh. Weg. Tempo acht. Tempo acht. Schnell. Komm hoch. Hoch. Viermal. Drei. Zwei. Langsam. Hoch. Weg. Ran. Und wieder Tempo jetzt. Acht. Hoch. Zieh. Weiter. Letzte Runde. Vier noch. Lang. Weg. Drei. Zwei. Und hier noch acht bei Power. Komm. Hoch. Hoch. Vier. Drei. Zwei. Und lang. Sehr schön. Wir bleiben im Marsch. Machen noch das Cooldown. Und atmen ein. Die Arme lang nach oben. Und aus. Strecken. Ab. Zwei noch. Komm. Hoch. Tief. Öffnen weit. Arme halten. Hier. Komm vor. Und aus. Vor. Aus. Und strecken. Viermal. Vor. Aus. Ab jetzt im Wechsel zur Seite. Neigen. Ziehen. Seit. Drei. Seit. Drei. Vier noch. Siehen. Drei. Zwei. Halte hier. Und zieh dort nach. Komm. Hoch. Drei. Zwei. Wechsel. Hoch. Ziehen. Nochmal nach rechts. Wechsel links. Wir halten auf der rechten Seite. Ziehen uns richtig lang. Strecken jetzt hier das linke Bein weg. Genau. Halt. Noch ein bisschen tiefer gehen. Beide Hände gehen zum Boden und feder die Hüfte. Tief. 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 Acht noch. Ziehen. Ziehen. Spür die Dehnung hier im hinteren Bein in der Vorderseite. Halte. Die Beine strecken. Wir ziehen zum vorderen Bein nach unten. Halten. Atem ruhig. Kommen in die Mitte. Lassen den Oberkörper schwingen. Hin und her. Rollen dann in der Mitte auf nach oben. Schulterkreis zurück. Rück. Nochmal Arme auf und vor. Ein. Aus. Jetzt zur Seite nach links neigen. Sand. Wechsel. Sand. Zieh vier Stück. Zwei. Drei. Und wechsel. Lang. Jede Seite. Einmal noch vier. Und wechsel. Halt auf der linken Seite. Lang. Schieb dein rechtes Bein ein Stück weg. Halte in der Streckung. Beide Arme zum Boden. Ferse hinten hoch. Und feder die Hüfte tief. Tief. Zieh. Zieh. Davon noch acht. Vier. Drei. Zwei. Und dann hier Beine strecken. Hinteres Bein zieht ein Stück ran. Und du gehst mit dem Oberkörper lang nach vorne. Unten halten. Und unten halten. Bring den Oberkörper in die Mitte vor. Lass dort nochmal schwingen. Hin und her. Du bist in der Mitte und fasst die Hände hinter dem Rücken. Ziehst die Arme Richtung Decke hoch. Nach unten hängen lassen. Schließ die Beine langsam. Und roll dich auf in den Stand. und fass dein rechtes Bein. Und fass dein rechtes Bein. Komm in die Balance und kreis den Fuß. Zur anderen Richtung reisen. Und nochmal wechseln. auch dort. Bis dreisen. Richtung wechseln. Lösen. Schwing die Arme vor. Und locken. Letztes Mal. So, damit haben wir es geschafft. Dankeschön. glamour. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020